So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps- und Tricks-Video. Ja, Leute, heute ist Samstag. Erstmal wünsche ich euch natürlich ein schönes Wochenende. Ich hoffe sonst, dass es euch gut geht und ja, starten wir rein in ein neues Tipps- und Tricks-Video, wie schon gesagt. Heute geht es darum, dass ich euch zeigen möchte, wie ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Talent jetzt kaufen wollt von einem Verein, wie ihr den direkt wieder verleihen könnt. Ja, also der kommt dann nicht erst zu euch, sondern ihr könnt den verpflichten, den Spieler, könnt den einen Vertrag anbieten, über fünf Jahre, sagen wir jetzt mal, und könnt den aber direkt wieder ein oder zwei Jahre verleihen. Wenn ihr das direkte Verleihen macht, dann kehrt er erstmal wieder zwei Jahre, jetzt sage ich mal, zu seinem alten Verein zurück und spielt da weitere zwei Jahre und nach diesen zwei Jahren Laie kommt er dann zu euch. Ja, das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen. Dann können wir nochmal einmal kurz durchgehen, wie man auch einfach so die Spieler verleiht. Aber erstmal zeige ich euch jetzt das direkte Verleihen. So, wir gehen mal auf Transfermarkt, suchen jetzt einfach mal Talente bis 20 Jahre, ja, Talent, vier bis fünf volle Sterne, nur realistische Transfers, okay. So, und dann haben wir hier die Liste. Dann gehen wir jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal hier auf Under. Mega Talent, neun von zehn, dann klickt ihr hier auf Angebot unterbreiten. So, und dann habt ihr hier die Vertragsparameter, ja, dann könnt ihr hier ja Ablösesumme und Wechsel, ja, eintragen. So, und dann habt ihr hier Klauseln stehen, Anteil am nächsten Verkauf, Freundschaftsspiel ansetzen, Rückkaufoption und direktes Wiederverleihen, ja. Hier nochmal eine kleine Info, sie erhalten keine Leihgebühr und übernehmen das volle Gehalt des Spielers während der Laie. Im Gegenzug bekommen sie den Spieler etwas günstiger. Ja, das heißt, wenn ihr ihn jetzt direkt wieder verleiht, müsst ihr selbst das volle Gehalt während der Laie zahlen. Dann könnt ihr hier raufgehen und könnt wählen, ob ein Jahr oder zwei Jahre. Und, ja, wie gesagt, dann, der spielt jetzt hier bei Getafe und wird dann halt weitere zwei Jahre dann bei Getafe spielen, bevor er dann zu euch, zur Mannschaft stoßt, ne. Ihr habt ihn dann quasi gekauft, ihr betet den auch einen Vertrag an, schließt den Vertrag ganz normal ab. Aber er wird dann zwei Jahre noch weiter bei Getafe bleiben und danach dann zu euch wechseln. Genau. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist das normale Verleihen. Ich denke mal, das weiß jeder oder viele von euch. Ich werde es nochmal ganz kurz zeigen und nehmen wir mal den hier, den Eik Dierberger. Ihr geht auf Vertrag, ihr geht auf Spieler anbieten. Und dann seht ihr hier schon Ablöse, Modalitäten. Art des Transfers, zur Laie, zur Laie mit Kaufoption oder komplett verkaufen. Dann könnt ihr hier zur Laie. Dann seht ihr hier die interessierten Vereine in den Ligen oder Ländern, die ihr ausgewählt habt. Dann klickt ihr einfach da drauf auf den Verein und stellt hier die Leihgebühr ein, Gehaltsübernahme. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Manchmal ist denen das auch zu viel. Dann geht ihr einfach ein bisschen runter mit dem Geld oder mit den Prozenten hier. Und dann passt das auch meistens. Dann geht ihr auf Spieler anbieten. Und dann wird euch schon gezeigt in einem kleinen Fenster, ob Union Berlin jetzt zum Beispiel interessiert ist an einer Laie oder halt nicht. Wenn sie interessiert sind, dann steht da, dass sie euch ein entsprechendes Angebot machen. Beim Verkaufen, beim Spieler anbieten wegen Verkauf ist es eigentlich genau das gleiche. Ihr klickt hier auf den Verein, stellt hier die Ablösesumme ein und dann wird euch hier in dem kleinen Fenster gezeigt, ob der Verein interessiert ist oder nicht. Und ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Genau. So, Leute. Das war es dann eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen wieder helfen. Ja, würde mich wieder über ein Like, über einen Kommentar gerne freuen, über ein Abo natürlich. Danke fürs Zuschauen und bis morgen, würde ich sagen. Morgen kommt ja ein weiteres Tipps und Tricks Video online und dann müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Ja, wir haben ja schon so viele Tipps Videos gemacht. Falls euch wirklich noch was einfallen sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und dann schauen wir, wie das umsetzbar ist. Genau. So, dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020